Ja, weiter geht's mit Devil May Cry 5. Ich weiß ungefähr nicht mehr ganz, wo wir stehen geblieben sind. Doch, wir waren kurz beim Kampf gewesen. Wir sind wieder von der Zeitkurve her beim Eröffnungskampf gewesen. Also, lass uns mal reinschauen. Genau, da ist die Timetable. Und jetzt kann Candy mal schauen, wie Devil May Cry so ist. Ich weiß aber nicht, mit welchem Charakter wir jetzt spielen werden. So, ihr müsst sagen, ob das übrigens von der Lautstärke alles passt oder ob ich es laut oder leise mache. Oh, oh, da ist er. Meine letzte Hoffnung, Nero, war komplett nützlich. Oh nein! Eddie, geh Nero aus hier! Das war ein schlechter Bewegung! Nero, komm! Du bist nur dead weight! Dead weight! Wieder vor einem Monat. Der Bistur, kenne mich dead weight! Ich brauche nicht von diesem Weg für nichts! Das Schwert ist foot. Das Schwert ist foot. Und jetzt... jetzt geht's wieder full hentai. Alles klar, mach's gut, Körbz. Gute Nacht, schön, dass du reingeschaut hast. Aber jetzt sind die Waifus. Oh yeah. Was ist jetzt los? Das war auch wieder bei mir, sorry. Oh. Halleluja. The Devil Sword Sparta no longer serves a purpose. I have plans for the both of you. You will exist to give me strength. How fortunate to serve such divine purpose. Oh. Ist ja alle jetzt in den Lerb gehen. Oh, hi. All right. Enough's enough. Can't let a boy do a man's job. Hey, wait. I'm not done talking yet. Oh nein. Okay, we'll get some rest. By the way, I guess I owe you one. Oh nein. Hey, es wird alt. Es ist Space, jeden Morgen. Dann blättert alles ab. Okay, da waren wir stehen geblieben. Ähm. Ja, nee. Customizen. Oh wow. Wartet, wir haben Punkte. Wir haben Punkte. Wir können mit Dante Sachen kaufen. Okay, ähm. Trigger Heart. Nee, 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 nee. Oh, der ist Pieksen. Ja, das Pieksen machen wir auf jeden Fall. Hm. Der Ballrock. Achso, das war, das war der, der, genau, der Fistekampf. Okay. Den geben wir uns auch mal, auch wenn ich mir die Hefte von den Moves, die ich jetzt gerade lerne, nicht merken kann. Ja komm, den nehmen wir auch. Den Charge Shot können wir noch dazu nehmen. Und Charge Shot. So, zack, fertig. Läuft, läuft. Was hab ich verpasst, was hab ich verpasst? Äh, eigentlich nicht viel. Wir fangen jetzt an und spielen jetzt mit Dante. So. Alles gut. Candy, nix verpasst. So, los geht's. Auf geht's. Wir spielen mit dem werten Herren, mit den, äh, mit den leicht grauen Haaren, aber den coolen roten Mantel. So. Ich muss jetzt nochmal gucken, dass ich wieder reinkomme, aber wird schon klappen. Wow, er hat das fette Schwert von Sparda. Okay. Okay. Nein, wir sind Trickstar natürlich. Okay. Äh, Waffen durchschalten war, genau, das war der. Das war, das war, wow. Okay, das ist der Devil Trigger. Nice. Okay. 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 Das waren die Herren und das war das. Okay, ich musste erstmal grad gucken, wie man, wie man was wieder levelt. Okay, ja klar, alles klar. Bam. Bam. Wiederholen. Warte. Ist er tot? Ja. Ist tot. Okay. Das sieht so cool aus. Wie man ihm? Ja, Mann. Hier, pass auf. Komm, komm nach mir, Junge. So sieht es nämlich aus. Hey, komm mal. Und noch einen. Oh, was ist das? Tauten. 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 So, auf geht's. Ähm, okay. Muss ich hier runter? Ich nehm's an. Oh, ich mach erstmal Sachen kaputt. Okay. Okay. Red Orbs. Die Währung, mit denen man Sachen kaufen kann. Okay. Huch. Aber das einzig coole, also das coolste überhaupt, Candy, ja, bei dem Game, ist, sich die Cutscenes anzugucken, weil die einfach die ganze Zeit over the top sind. Hier, Himbeeren. Okay. Nice. Da ist der Weg. Da muss ich hin. Okay. Kann hier noch was? Guck mal rum, ob ich irgendwas übersehen hab, aber nein. Hup. 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 Ups. Okay. Oh. Zu. Du ja wohl. Ja wohl. Jawoll. Okay, der Dicke will auch was. Woo! Jawoll. Und weg mit dir. Jawoll. Die Api der Kung Fu Panda. Alles auf. Oh, verdammt. Okay, da wollte ich zu viel. Ja, komm. Au! Okay. Jawoll. Und nochmal Pizze. Jawoll. Okay. Anime wird ungefähr so aus, oder? Genau. Anime? So. Äh. Wow! Dachte jetzt gerade, Tod? Runtergefallen? Tod? Ich bin kein Fan von Ruinen. Ich bin kein Fan von Ruinen. Ich bin kein Fan von Ruinen. Okay. Hopp. Okay. ist kaputt? Ah, ist kaputt, ok. Hattest du eigentlich Darkseiders 3 gespielt, Base? Ne, Necro, hab ich nicht, hab ich in der Zeit, hab ich nicht. Ich hab darauf gewartet, dass Aga ist irgendwann zu streamen. Aha, und er ist wirklich Asiate? Oh, hallo, waren wir hier schon? Oh, das Pfeil in der Arsch. Ich muss nur den Weg rausnehmen. Ich will gehen wieder Sachen ab. Hat Aga ist gestreamt? Natürlich nicht. Er hat mich da voll hängen lassen und hat nur WoW gespielt. Ich glaube, ich muss das mal nachholen. Aber da müsste ich ja auch erstmal Darkseiders 1 und 2 wieder spielen. Obwohl, ich musste eigentlich nur 1 und 2. Oh, halt. Lootgoblin. Das war der Schatzgoblin. Hey. Äh, ne. Ich guck mal, ob hier noch irgendwas liegt. Oh, verdammt, da war was. Ich hab's genau gesehen. Ja, echt. Ne, hat er nicht gestreamt. Ich hätt's mir gerne angeguckt. Hat das irgendwo von euch gespielt, Darkseiders 3? Also, 1 hab ich gespielt, fand ich großartig. 2 hab ich leider geskippt, beziehungsweise zu dem Zeitpunkt, als es rausgekommen ist, hab ich zu viele andere Sachen gespielt. Okay. Irgendwie hab ich das Gefühl, wir schubsen hier die ganze Zeit englische Kusselteile hin und her. Ah. Anira, Hanazawa, vielen Dank für deinen Follower. Willkommen bei Basement Type. Ich wünsch dir einen angenehmen Aufenthalt und genieß deine Zeit hier mit uns. Blauer Ohr. Oh. Yay. Das sieht voll cool aus, Katie. Meinst du das Game here oder meinst du, äh, meinst du du jetzt, äh, Darkseiders? Yeah. Oh, verdammt. Oh. Okay. Undsatze. Oh, verdammt. Undsatze. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Oh, verdammt, sieben öfe. als ob du bekommst das game gerade ich habe meinen ersten teil spiel fand das super wollte ja dann hast du mal was was anderes zum zocken aus der dbd i would like ach verdammt nicht getroffen da oben war noch jawohl let it rain ausrufezeichen rain okay warte da ist auch noch was habe es da gesagt mir nix nur dark souls das ist ziemlich cool auch bei vielen leuten unter dem radar gelaufen glaubt also viele leute kennen das gar nicht ich habe das gefühl ich habe irgendeinen geheimen raum noch verpasst was ist das hier oh hi kalina ein misslanger name of the lady's late mother fires an area of powerful shells was kann ich das jetzt auswählen was ist das testen voll gut ich muss schön bald wieder ja bitte bitte ich bitte doch darum da kann ich nicht hoch okay okay haha voll gut okay die fahrer sieht ein bisschen op aus nein gar nicht aber sie hat nur einen schuss hier hallo noch einen hinterher voll gut rocket launcher rocket launcher hat da hat da hat 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 ok ok sekiro seh irgendwas bekomme ich mir oder bin mir geschenkt nice ja sekiro werde ich auf jeden fall stream nice 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 aber es hat ja kein multiplayer ansonsten obwohl da könnte ich mich auch nur mit hier vergleichen das wäre dann voll gemein wer weiß wie gut du in diesen souls games in diesem artigen Inga-Misten. Feuer! Feuer! Oh, voll gut. Nein, die Waffe ist überhaupt nicht OP. Ich weiß nicht, was Candy meint. Okay. Oh, oh, Cutscene! Cutscene! Candy, jetzt kommt das, was du eigentlich sehen willst in dem Game. Oh, wer bist du? Wie, kein cooler Spruch von Dante? Der Helge... Der... K... Was, ein Tee? Was, wo ist hin? Der soll herkommen! Der Sack! Kam her! Fuhr da hinten! Jawohl! Ha ha ha, oh verdammt. Der sollte nicht immer abhauen. Immer dann, wenn er was machen will, dann kriegt er von mir einen Rauchverlust. Ha ha, er konnte nichts machen. Genau, ich will Gentacle-Monster sehen. Ja sorry, ich dachte, wow. Oh, er ist tot. Ich dachte jetzt gerade, da kommt noch was. Nein, eigentlich dachte ich, jetzt kommt eine coole Katze, bei der Dante irgendwas total cheesiges sagt, aber dem war leider nicht so. Das Monster war jetzt auch nicht so geil. Oh, hallo? Oh. Uh. Dark Souls. Verdammt. Guck mal, Vogel. Oh. Ha ha, Armourbreak. Da ist der Kopfplatz! Ok. Oh wow 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 wow. Komme her Vogel. Jetzt machen wir den Bruce Lee mit dem Vogel Okay, Vogel ist da Oh Gott Okay, Vogel ist weg Oh, wer bist du? Wow Was für ein Geier ist da im Himmel? Okay Okay Komm da hoch Komm her Wow Habt ihr das gesehen? Der Dodge Oh Haha Oh Gott, der war nicht gut, der Dodge Aber die waren nur für Vogel, ne? Jawoll Pass auf, das viel platzt gerade, ja, doch, das ist gerne bei dem Gamer so Oh, hallo War hier noch etwas? Ne, okay Yay Lila Fragment Wir kriegen mehr Leben Ne, Devil Trigger, Devil Trigger war es genau Yay Wertung gibt es am Ende von der Karte, oder meinst du von dem Kampf an sich? Bei dem Kampf habe ich gerade nicht drauf geachtet, was für eine Wertung es war C oder B, ah, ich glaube das Beste, was wir bis jetzt haben, war S, Doppel S, Doppel S Guck, ein Tentakel, da sind wir wieder B klingt nach zwei, also gut Genau, genau, danke Candy Oh, hi Hier ist ein Shop Ähm Hm, shoppen wir das? Obwohl, so viel haben wir gar nicht Warte mal kurz, gibt es denn andere Waffen eigentlich? So, ich kann für das Ding noch aufwenden Oh, wow, okay Learn Level 2 Trickster Skills Okay, ja, ich bitte darum Einfach nur, weil es bestimmt gut ist Für den Raketenwerfer, der sowieso noch nicht OP genug ist Oh, den können wir jetzt halten, wie geil Warte, das müssen wir testen Ähm, ja Obacht Oh, sehr geil Okay Ähm, da hoch Dann nochmal Nö, da ist nix Okay So, Game Show me what you got Der Tower der Hölle Oh, they're just gonna let me through Boy, wouldn't that be the day Okay, also auf geht's Hm Ist ja noch irgendwas Nein So viel Platz, das riecht nach Bosskampf Was sag ich Hat der gerade ein Motorrad nach mir geworfen? Ist es der Doc? Alright, it's on Oh Der Kugel, ja, der Angelo Okay Show me what you got Oh Macht der wirklich? Oh Gibt's ihn gar nicht Okay Das ist auf, das ist auf Ah, er darfst ihn Oh In den Buckel Feuer Feuer Feuer, Feuer, Feuer In die Hoden Nimm mal in die Hoden Nimm mal in die Hoden Go Komm schon, Baby Ist das alles? Er chargte irgendwas Oh Oh Oh, 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 oh Attacke Au Seite, ausweichen Okay Ha Der Sack Okay, warte mal Oh Oh Au Okay Ah, verdammt Der Sack Den letzten voll nicht getwatcht Voll gut Ah Genau Einfach Interrupten Das ist der Trick Au Oh Das wirkt ihn gar nicht Au Das sieht nicht gut aus Das sieht nicht gut aus Das sieht nicht gut aus Okay, warte, warte Wo, wo, wo Wo, wo Aha Let's go Aha Aha Let's get strong Fire Let's go Aha Voll in die Fresse getreten Oh Er hat was verloren What the fuck What the fuck Da ist ein Chick drin Oh Oh yeah, Trish Wie geht's dir Woah Looks like I took it a little too much You okay I've been better Haha Äh, ja Hi Dante That demon is Shh Don't even think about it Just rest Dante Haha Da kommt der Krüppel Take care of Trish for me Dante Wait Und tschüss Oh, der Geier kommt mit Ja, und schon wieder eine nackte Frau Hallo, Devil May Cry Wie soll er denn jetzt die nackte Frau wegtragen Der Arme Okay Okay Fanservice Oh Gott sei Dank hat er ein Kleid dabei gehabt Äh, oder ein verdammt großes Taschentuch Ne, eine Pferdedecke Okay Hm Tante ist weg Ja Und ich glaube nicht, dass er gewinnen kann Und da liest er wieder ein Manga Was war da der Dämon, V? Woher kam es aus? Urizen ist kein Dämon Ich weiß das für ein Fakt, weil ich aus dem Unterwelt bin Mein Gott Was bist du dann? Es ist egal Ich bin ein Schild meiner alten Selbst, der alles verloren hat Ich werde dir erzählen, die Geschichte meiner Erinnerung Oh Storytime Pow 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 Das ist natürlich wieder ein perfektes Ass Ranking Jawohl Wir haben den Kavaliere Parts of Kavaliere Angelos fused into a motorbike crate Twin blades wielded from the bike's handlebars Es ist ein Motorrad und eine Waffe? Say what? Das will ich sehen Okay Das will ich sehen Aber ich glaube, wir machen jetzt wieder einen Zeitsprung und erzählen wahrscheinlich was aus wie es vergangen hat Yep Yep Suffering defeat after defeat That man's body was reaching its limit Breaking down But he couldn't die yet The man had a job that must be done To defeat his twin brother That he doesn't care No Uh Oh, oh, oh. Evi-Chai, das tut mir leid. In order to defeat his younger brother, he could only do one thing with the crumbling flesh and feelings. He needed to separate man from devil with the strength of the Yamato. Oh. And eventually, the man became a true devil. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Dun-dun-dun. Wie aka Virgil? Ach so, ist das die menschliche Form von Virgil, die wir sehen? Ich versuche, mein krumblinges Körper mit welchem kleinen dämonischen Macht ich habe bleibt, aber ich komme über die Zukunft des Limit. In separatieren und regaining meine menschliche Säule, habe ich herausgefunden, die gravität des Krieges, die ich gemacht habe. Ich habe herausgefunden, wie wichtig alles war. Alles, was ich in meinem Gelegenheit verabschiedet habe. Ist das, warum du nach Dante findestellst du? Ja, das ist verrückt. Ich dachte, dass er vielleicht, dass er meine... Vielleicht fixe ich. Vielleicht schreit meine Fehler. Fähig mir. War das ein Föhr bevor du, richtig? Ich bin nicht deine Mutter, B. Du bist ein großer Junge. Und du musst das sehen. Frauen können sich also doch schnell umziehen. Aha. Oh yeah. Let's go. Oh yeah. Haha. Yes. So Candy, falls du das siehst, genau das ist der Grund, warum man Devil May Cry spielt. Oh yeah. Over the top cutscenes. Yes. Okay. Jetzt geht es richtig ab. Oh mein Gott, wir haben ein Moped. Jetzt geht er so ab. Wo ist das Ding? Wo ist das Ding? Kann ich das noch upgraden? Nein, ich kann das Motorrad nicht upgraden. Ich dachte, es geht noch. Nein. Ach doch, da ist es. Oh mein Gott. Ja, die Musik ist auch mega. Slipstream. Den müssen wir machen. Oh ja, den müssen wir machen. Was ist das? Slipstream 2? Ey. Was ist das? Highside? Okay. Den will ich auch sehen. Oh ja. Oh ja. Okay, das muss erst mal reichen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, los geht's. Moped Time. Aber die Motorrad-Szene ist ganz klar important. Natürlich. Natürlich. Ist es, äh, story-wise ist das super, super wichtig. Wo ist mein Motorrad? Wo ist mein Motorrad? Ach nee, das ist, äh, das ist hier. Ja, der hat jetzt noch nicht. Das ist so krass. Das ist so krass. Ey, die machen doch scheiße viel Schaden. Okay. Das Ding liefert. Okay. Das wäre jetzt noch geil, wenn er damit auch noch fahren würde. Say what? Was bist du? Wow. Achso, die kann jetzt da raus. Ich dachte jetzt gerade, da kommt er selber raus. Hä? Wie? Okay. Well... Rib it up! Rib it up! Rib it up! 1 ach schon das war jetzt so ein A aber hey Style Points Hallo Ich wollte noch die Blutpunkte haben So Okay Oh, ja, das ist schön Das ist für so ein Ding, ihr wisst schon was ihr gleich wieder rufen könnt Weil Meep ist grad nicht da Ähm Wo ist denn das Ding? Wohin? Äh, nach da, da kann ich hoch Okay Da Ja Äh Dür W-U-R-H Das hat sich die, äh Genau das Äh, unten oder oben? Ich glaub wir gehen hier rein So jetzt Hm Da steckt der sich einfach so in die Jacke Yummy, yummy Wie Tadaa Das ist wie Rohrfrei Ne? Macht jede Blockade weg Okay Okay Oh, hallo Oh, was ist das zu? Oh The Brain Bug Oh Ow Das war jetzt punchen Jawohl Das war jetzt punchen Warte mal Warte mal, geht's denn hier lang? Ja, scheiße Okay, dann gehen wir nochmal runter Wollte einmal kurz gucken, ob das wirklich der Weg ist, den man laufen sollte Und dann sammeln wir hier grad noch was ein Oh, okay Tell you what? Ich hab dich Wicht! 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 Wie? Ist das tot? Doch, ich muss was sagen. Okay. Oh! Den Takkel weg. Ah, verdammt. Geht doch. So, jetzt. Ah, verdammt. Okay. Okay. Oh, Puzzle Time. Okay. Wer sich wohl immer diese Puzzle ausdenkt, ne? Also ich meine jetzt von dem Bösen, aus der Sicht des Bösen. Ja, wir machen das jetzt voll kompliziert, um da hinzukommen. Da braucht man einen Architekten für. Okay. Ja, und jetzt ist er voll rot. Mann. Mann. Ich bin Angst. Mann, ich bin Angst. Okay. Ähm. Oh, hallo. Yay. Devil Fragment. Warte mal kurz, wo muss ich denn lang? Da lang. Also gehen wir erstmal da runter und gucken was da noch ist. Ops. Ähm. Oh, hey. Oh, hey. Okay. Und... Schläge! Verdammt! Ist er schon tot? Okay. Scheinbar. Alter, komm ich nicht durch. Dann gehts wieder hier weiter. So... Okay, ich glaube wir haben es. Oh! Große weiter Räume sprechen immer für den Boss. Oh, was ist das? So, der Gegnertyp. Und... Ein Fury. Oh, Vater. Au! Jawoll! Was ist denn? Ah! Show me! Damn! Hüpp! Au! Der war fies. Jawoll. Da quescht er einmal das Motorrad ab. Ende Melende. Du 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 duum! Okay. Oh, cool! Au! Au! da hinten okay dann gehen wir erst mal da oben da sehe ich einen blauen orb zu fett komm nicht durch ok super bass voll runtergefallen jetzt muss ich noch mal hier durchlaufen aber ich glaube es gibt kein gegner respawn also ist es jetzt nur laufen ja wenn er jetzt das motorrad fahren könnte das wäre noch was wir noch richtig das ist der blatt stream so dann sind wir hier durch genau dann bin ich da hinten oder genau hier aber das schnelle fieten im fury gerade platt gemacht so und dann sind wir da oben nicht durchgekommen da sind wir rausgesprungen und da sollen wir lang was ist das hier das ist ein dickes schwein Ja. Ah! Das ist ein Kuss! Foul! Das ist ein Kuss. Geht doch Falim Leicht am Ruckeln gerade gewesen, da komme ich nicht durch Hier aber Splitch Wir puzzeln weiter Machen wir Raustücken Okay Das müssen wir noch zweimal machen Damit die Statue da fällig ist glaube ich Ich sag ja Einen Architekten brauchen die dafür Ich will nicht den Herr Dämon King warten Ich muss die Basis holen Okay Ups Geht doch Nein Okay Okay Oh da ist wieder so ein Ding Geht doch Okay Geht doch Was ist hier? Ja Leicht Leicht Das ist die Geht doch wie es wo ist Scheisse Warum Ich bin jetzt hier. Oh! Ah! Okay. A la maison. Okay. A la maison. Okay. 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 Oh! Oh! Okay. Okay. Es tickt aus. Nein, das ist dann. Das will ich noch nie tun. Oh! Oh! Okay, das sinkt einfach weiter. Und? Das war jetzt das Plättchen 3 von 4 nehme ich an. Und wieder. Ich habe ja hier gerade schon heftige Blade-Wipes. Leute. Das war übrigens, ne? Der erste Marvel-Movie. Blade. Dem verdanken wir alles. Würdet ihr euch von dem Film wünschen? Nee. Blade war einfach gut so wie er ist. Blade ist sooo old. Aber sooo gut. Niko, jetzt mach keinen Scheiß. Es sollte alle von ihnen sein. Es ist schon lange, seit ich mein Gehirn so viel benutze. Ich habe da damals das PS1-Game gespielt. Oh mein Gott! Da gab es ein Game-Zoo. Das ist ja viel schlimmer. Aber hier ist wieder so ein Ding. Oder war es sogar PS2? Oh. Lass mal schön wieder in die Tasche stecken, das Ding. Ich fand Blade großartig. Ich bin da damals ins Kino gegangen. Oh. Golden Awe. Yay. Zack. Da ist Hero Landing. Wartet. Und ab. Genau, den wollte ich machen. Okay. Ähm. Da. Wo war denn das Ding? Da auf der Seite war es. Und jetzt geht es wieder los. Hm? Jem, 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 jem. Das Game war nicht gut. Aber der Film fand ich es super. Der Film ist geil. Der ist einfach nur mega. Die Mucke von den... vom Blame. Vom Blame. Ersten Blame. Ich höre den... Ich höre den Soundtrack heute noch. Das ist so gut. Was ist das hier? War ich hier? Muss ich hier hin? Hm. Ich weiß nicht, ob ich hier hin muss. Nee, ich muss da runter. Aber wir gucken erstmal kurz, was hier ist. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir waren hier schon. Aber ja, wir waren ja auch wirklich schon. Okay. Warum hat dieser Shortcut noch? Blutrave, genau. Oh, die Eröffnungssequenz. Ah, so gut. Ähm, hallo. Uh, wo sind wir jetzt? Okay. Okay. Warte noch kurz. Kann ich die Kisten aufmachen? Ist da was drin? Nö. Lootboxen, dachte ich gerade. Nee. Okay. Wie ist der Tomb Raider? Okay. Sind das komische Kritzeleien hier? Höchst klassische Musik. Ähm, da ist nichts. Okay. Ähm, hallo. Wenn da schon so ein Shop ist, ne? Dann kommt jetzt ein Boss. Okay, wir gucken mal gerade, was leveln wir denn. Eigentlich brauchen wir gar nicht so groß leveln, ne? Ähm. Das Mob nicht noch weiter leveln? Jawohl. Komm, einmal so einen dicken Skill hier noch. Oh, verdammt. Den hätten wir sparen sollen. Egal, egal. Also, wie schon muss das machen? Ich muss jetzt... Und da kommt die Klassik wieder. Okay, warte, pass auf. Das ist dann so und dann... Nee, warte, zurück. Boah. Nee, so ist er nicht. Egal. Egal, egal, egal. Wir finden uns raus. Oh, hallo. Wir sind zu Hause, Leute. Okay. Das ist Dantes Heimathaus. Ha! Hier bist du. Jetzt kommt der Gaia. Wie geil. Hey, was ist mit dir? Hey! Hey, Dante! The Fiatz. The demon of power was activated in me once. When Virgil lovingly jammed this through my chest. I always wondered, Why did my father give me the rebellion? Okay. What are you muttering? Ha! Over the years I've been stabbed and jabbed by a number of things. But who would have ever guessed? Have you lost your mind? There's a demon to destroy! Kill yourself later! I'll help! If the demon of power can separate man from the devil. Then what about the rebellion? Ja, das was Katze sagt mal. Ähm... You are... ...absorbing the Sparta! Oh mein Gott! Er wird zum Super Saiyajin! Der Vogel! Dafür mussten wir jetzt zum Haus gehen? Diablo! 4! Confirmed! Pock! Das kann nicht sein. Okay, also... Der Geier ist zurück. Oh mein Gott! Das ist dein Geier! Der Geier ist zurück! Okay, es ist auf. Der Geier ist zurück. Oh mein Gott! Der Geier ist zurück! Boah, ist das ein fatter Geier! Er kann Nero tragen. Okay, es ist auf. Dante! Devil Sword Dante! Ouh! Devilsword Dante, a blade born when Dante absorbs the Rebellion into his body. The weapon shares both his name and his will. The basic abilities of Rebellion and Devilsword Sparta carry over to this blade and pressing B in Swordmaster style. Conjure Swords that attack to autonomously use the blades in tandem for a relentless wave of hack and slash carnage. Activating Devil Trigger with this equip will Conjure Swords that provide different types of support depending on your style. These include higher mobility, simultaneous attacks, automatic counters or stronger defense. Alright. Okay. Oh shit! Okay, let's go. Just press buttons! That's what it says! Okay. Ow! Hold the LB to change from the Devil Trigger Gosh to the Sword Devil Trigger Gosh. New Gosh above the Detour Devil Trigger Gosh, the Sin Devil Trigger Gosh to fill this Gosh, transfer power from Devil Trigger Gosh by holding down LB. What the fuck? Hold LB with a full SDT Gosh to activate Sin Devil Trigger. You gain insane attack power but Vitality does not recover and you can't deactivate this form manually. Okay. Okay. Also, I press buttons. Ow! Ow! What the fuck? Und Yunus einen schönen guten Abend. Okay. I hold, I hold, I hold buttons. I hold more buttons. Oh, wait! Is this full? Is it full? To charge! Is it full? Is it full? Los! Jawohl! Ich hab nur hackt und slasht und slasht und hackt und fresse! Au! Okay. Dorschung. Er ist so motherfucking big! Au! Okay, wir müssen wieder chargen. Oh fuck! Au! Ich verstehe. Power ist alles. Okay. Ich bin voll, ich bin voll! Verdammt! Hu! Jetzt gehen wir einfach nur noch rein. Zack! Was auch immer wir getan haben, das war awesome. Der Dicker hat ordentlich aufs Fressbrett bekommen. Und du hast es noch nicht. Oh oh. Es ist du, der nicht versteht. Du bist es. Du bist es. Es hat begonnen. Okay. Das hat begonnen. Das ist das Konstrukt, in dem wir gerade drin sind. Oh yeah! Nico! Lady! Bad News! Du musst jetzt gehen. Das Hausplant ist p*******! Hausplant ist p*******! Oh nein! Hold on! Das läuft hier! Free crap! Oh! Oh ha? Inconvenience Matters not Oh, it's a Splatwrave Oh, das ist mit einem B-Ranking Oh, oh Oh, asskicking rating, okay Ja, okay, next Alright, läuft's jetzt? Oh, warte, cutscene Sind die jetzt noch in dem Ding drin? Oh, ja Well, looks like no one is worse for wear Sie mit ihrem Van einfach in diesem Ding parkt, oder? Oh, die ganze Crew I'm just gonna double check Hey Where did that garbage god go? What is your reason after? He's at the top Of the Klyphod It's the other way around, Dante This is the lowest level of the Klyphod's upper echelon Human blood is the source of demons power The fruit born through the Klyphod is even more dense than the blood that created it Its power is unparalleled Even the almighty Mundus used it to become king of the underworld Aviv told me everything Yeah, well, that's a lovely story and all, but As long as we know where to find him Whoa, you Are the infamous Dante Um, I'm Nicoletta G-Goldstein Sounds familiar? My grandmother is Nell Goldstein The gunsmith that made all your fancy weapons that you got Strapped back there Yeah, there she is! You don't much look like her Yeah, I got my looks from my daddy That's about all I got from him But based on his research, I managed to couple this Um What is that? Considerate a gift In honor of us finally meeting Um Meeting She brings him a hut with What? Oh my God What is that? Was that? In the comments Ha 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 Yeah Huh Yeah Ha 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 Oh, a clip I'm gonna go too How do you sit this one out? Now, let you call me dead way to get Du hast es wieder? Nein, danke. Ich habe alle Kraft, die ich brauche. Hier! Du verstehst nicht. Das ist nicht das, was ich meine. Lass ihn gehen, Dante. Zeit ist ein Luxury, das wir nicht mehr können. Wir müssen ihn nach nach dem, nachdem wir nach. Was? Das bedeutet, dass du auch gehst? Ich habe eine Aufgabe, um das zu sehen. Das war's, was du gesagt hast, Herr Poetry. Ich gehe meinen Weg und ihr könnt ihr gehen. Wir sagen, das ist das Beste für die Grunde. Alter, der Mantel ist schon Chef. Oh, tschüss. Oh, tschüss. Oh, tschüss. Oh mein Gott, was war das gerade? Dr. Faust. A head that consumes Red Ops to launch special attacks. Earn tons of Red Ops from foes if you don't run out of your own first. Heiliger Strohsack. Cowboyhut. Ich gehe kaputt. Okay. Dr. Faust consumes Red Ops to attack foes. Most attacks require a sufficient amount of Red Ops to use. The Ops consumed are displayed on the upper right side of the screen. Keep an eye on your balance and downspend them all. Using Dr. Faust's skill set head lets you earn a ton more oil drops. Strike foes with that head than go on the offensive. Okay. Oh mein Gott. Okay. Und jetzt hilft uns aussuchen mit wem wir spielen. Aber Bass ist mal kurz für kleine Dantes und dann bin ich gleich wieder da. Aber passenderweise werde ich jetzt auch die passende Musik dazu picken. Wartet gerade. Let's go. Let's go. Was anderes können wir eigentlich gar nicht machen, Leute. Also, ich bin sofort wieder da. Bis gleich. So, da ist er wieder. Und Katze, vielen Dank für den Clip. Dankeschön. Oh, das ist krass gewesen. Das kam unerwartet. Muss ich ja sagen. Okay. Also. Ja klar. Wir bleiben bei Dante, oder? Leute. Ich meine, ich könnte jetzt voten. Ich habe gehört, du machst bis 2 Uhr. Warte. Willkommen im Stream. Und nein. Habe ich eigentlich nicht vor. Obwohl, es ist ja jetzt auch schon halb eins. Wir haben dich so vermisst. Warte, wie geht's dir? Ah. Love. Genau. So. Dante. Wir spielen natürlich Dante. Yes. Yes. Cut yes. Cut yes. Okay. Okay. Also. Sword and Guns. Und. Ach, der Hut ist eine Gun. Okay. Äh. Ne, komm. Hier. Können wir den Hut noch aufwerten? Wie heißt der Hut? Yes. Das ist Fan Service. Ich hau, äh, mal ab, hab morgen eine Mathe Pro und muss wieder raus. Ja. Yunus, dann los. Dann ab dafür. Und trotzdem danke, dass du reingeschaut hast. Wie heißt der Hut? Äh, der Hut? Der Hut? Der Hut? Faust. So hieß er. Genau. Man in the red. Okay. Äh. Okay. Aptrick. Okay. Ich nehm mal den hier. Und den hier. Dann werden wir auch mal zocken. Okay. Ich musste ja gleich meine Maus testen. Okay. Hast du schon, hast du schon angeschlossen und mal eine Runde DVD gezockt oder wie? Und sie ist pink. So gut. Okay. Also. Das pinke Ding. Das ist dein Connecting to Network. Okay. Okay. Ich brauch natürlich den Hut. Krieg ich da sogar so Schal? Wie geil ist das denn? Okay. Du bist aber hübsch. Oh, jetzt macht er. Aha. Der Lichtschalter. Ja. Jawohl. Hut auf. Zack. Hey. Komm schon. Die Hut ist einfach zu krass. Okay. Ups. Ja. Es stinkt. Ich muss in der richtigen Platz. Ei, komm. flee, hommes São Paulo. Hey, komm! Jetzt gibt's noch die Fresse. Ende, jawohl. Gewischt. Okay. Oh, hat der das Little People Outfit an? Nein, das ist das Michael Outfit. Genau, guck dir den Clip an, da weißt du Bescheid. Alter, wer ist das denn? Ist ein Nero gerade hier reingekommen? Ah, nee. Da ist gerade ein anderer Team hier reingekommen. Murioki FS. Okay. Okay, jetzt ist es Multiplayer. Sehr gut. Okay. Guck, guck. Ich kann den Schmerz von hier riechen. Er braucht, um zu flüssig zu sein. Nee, den Level brauchen wir jetzt nix. Dann geht's weiter. Äh. Okay. Naruto ran. Okay. Er weiß auch nicht, was weiter geht. Oder wir müssen shoppen. Oh, ich weiß nicht, was. Einfach mal kaufen. Zack. Und jetzt? Geht's jetzt weiter? Nein. Scheinbar noch nicht. Acht da! Lol. Super versteckt. Okay. Ich mach mal das nächste Ding. Ding. Kau! Pieere. See? Luden. Sack! Einfach mal drauf! Oh, ich habe hier. Ich habe hier auch zuführ. Und ich habe hier noch so Dockerfone. Oh, ich habe hier schon mal drauf. Fische hier noch mal drauf. Ich habe hier noch mal drauf. Ich habe hier noch mal drauf. Oh! Oh, da hinten ist noch so'n Ding! Oh! So! 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 No! No! Okay. Und das nächste Ding kaputt War's das? Ich glaub das war's Ich glaub der wird das wieder in der Mitte reinspringen, oder? Aber erstmal mit dem Gold Orb zu kunden Da drücken ist auch noch was zu sammeln Ok Ist der schon reingesprungen der andere Typ? Na komm Hallo Ok sind wir jetzt zu dritt Ist der Typ überhaupt weiß? Äh Gut tschüss Ich bin grad erst zur Tür rein S-Rank Ok Raid stylisch Der Typ war natürlich total stylisch Da kommt er Mit der Sack war schwacher Vogel Verdammt nur ein bisschen länger komm oh nein das Eule auf Olaß lässt nach habt ihr es gesehen bevor er es komplett komplett ich finde ja im unteren der V der ist mir zu emo mäßig oder? der ist so sad ein bisschen länger warte, nur ein bisschen länger ich muss weiter gehen This is only going harder you sure you're up to it? der Typ passt so gut ok ok, ja gut los gehts er darfst aber recht, die Katze hat er und den Vogel, der Vogel ist chef der Vogel ist richtig chef und der surft ja einfach nur unter ich glaub, die anderen machen schon heftig Punkte Peperoni und Darno oder wie die heißen oh nein ok, kann nicht mehr kann nicht mehr laufen Raze hatte hat auch einen Vogel ja, natürlich was ist jetzt los? ich kann nicht mehr weiter laufen was muss ich machen? das ist ja so langsam oh oh nein er hat seine Dragon Balls verloren sie hatte zwei Brüste aber drei Köpfe sie hatte zwei Brüste aber drei Köpfe ich muss irgendwie zurückkommen ähm ähm ja diese Dimension fühlt sich mein Körper ähm durch welche Tür gehen wir denn jetzt? äh hinter welcher Tür ist der Zong? ich geh jetzt einfach mal in die goldene Mitte, oder? ähm okay okay wir gucken er kann schon nicht mehr da ist Licht er kann schon nicht mehr er ist so sad er kann schon nicht mehr er ist so sad so this is where they are I'm claiming what's mine free shadow ja die Katze befreien oh oh okay oh 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 uh Oh, jetzt hat er mich getroffen. Tittenfisch. Okay, hab gesessen. Au, okay. Komm schon, Stab zu dir. Los Katze. So. Au. Los ran. Oh, come on. Hotluck. Das ist schwierig für die Katze in der Luft irgendwie anzugreifen, aber jetzt, ja! So! Ich komme! Warte, ich muss näher ran. Noch einen näher. Jawoll! Wie ein Reißverschluss. Hap! Einer erlebe ich. Okay. Aha. Da oben ist ein blauer Ort. Wie kommen wir dahin? Ähm. Hahaha. Wir haben keinen Triple Jump. Okay. Die Tür ist zu, also gehen wir jetzt links. Und wir surfen uns hier. Gut, dass wir die Katze geholt haben. Dann sind wir einfach schneller. Okay, was wollen wir jetzt haben? Ja, natürlich, den Adler. Äh, den Rat meine ich. Und du bist? Okay. Okay. Ich habe zu viel auf dem Fuhl, der Katze ist. Ich habe zu viel auf dem Fuhl, der Katze ist. Das war es. Ja, das war es. haha haha wögel ey haha 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 also ich glaube ich hab das zu haben ja schon Das ist gut. Haha! Voll fast! Okay. Der war easy peasy. Okay Und Tür Nummer 3 Jetzt kriegen wir den Gollum, ne? Also, genau Nightmare Oh Ach, das ist der eine Boss, den wir am Anfang mit Nero platt gemacht haben Autsch Ey, hau nicht, mein Vogel Ach, das ist der eine Boss Jawohl Zack Tank Jawohl Flash of the Titans Ouuu Ich dachte schon, du bist jetzt tot Ja, eben gerade dachte ich das auch, aber es war einfach sein Taunt Voll gut Zack Okay Okay, jetzt haben wir Tür aufgemacht Und dahinter ist jetzt der Zong Nämlich an Ich tippe ja auf die Tussi mit den drei Köppen Okay Okay Oh, ne Lava Lampe Hey Das ist ja auch schick hier unten, ne? Ach ja, Tine Wittler, ne? Die wird sich richtig freuen hier So schön eingeriftet So schön eingeriftet No time to worry about dead feet Gotta hurry Ehh, das ist nicht zu viel Yep Was ist denn das gekringelt? Toll, ich will jetzt zurückfahren, oder? Kann ich jetzt hier runter springen? Und, wird gekämpft Da würde ich hin Ähh, verdammt Der hätte ich glaube ich abbiegen können, ne? Ja, hier links Okay So, jetzt aber Und dann hier rum Okay 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 Da sind wir hergekommen, ob wir jetzt hier runter Okay He's in the dark Will all be over Even Ludus Failed to reign over the human world Surely No He will not Mathis No way can we handle her We-we-we don't have the strength I know But we must get through this Somehow Oh Ja da sind wir so weit Woher Ich kann's nicht nur Ich kann's nicht nur Ich kann's nicht nur Und die ständig sind Ich kann uns nicht nur Oh ja Ich weiß, das ist jetzt voll gemein. Jetzt haben wir hier mit dem S-Ranking beendet und jetzt kommt der Kampf. Das wäre jetzt Mods der Cliffhanger, aber ich wollte halt echt jetzt eigentlich den Stream zumachen, Leute. Ich weiß nicht, wie lange der ganze Spaß noch geht. Jetzt haben wir Mission 14. Ich weiß nicht, wie viel es gibt, aber es fühlt sich alles schon neu. Bitte, Base. Aber ich muss wieder so früh raus. Warte. Ich muss wieder so früh raus. Ich bin auch erst gekommen. Ich weiß, aber da kann ich nichts für. Ich bin schon Uptime, Uptime. Ich bin jetzt schon seit drei Stunden am Stream. So ist das nicht. So ist das nicht. Nee, nee, pass auf. Ich call's jetzt. An der Stelle machen wir Feierabend und wir machen das nächste Mal weiter.